Willkommen bei S-Werteneraten. Heute wollen wir uns die Handelsscheiben von der Firma Duio Fitness ansehen. Und zwar handelt es sich dabei um die gleichen Handelsscheiben in verschiedenen Gewichten. Sie kamen in einem braunen Karton, ganz neutral bei uns an, in dem jede Menge Füllmaterial war. Somit waren die schweren Gewichte gut geschützt. Und die neutrale Verpackung eignet sich auch dafür, um sie als Überraschungsgeschenk zu verschenken, wobei sich der DHL-Kieferan wahrscheinlich vorhanden ist. So sehen sie aus. Das ist jetzt die 1,25kg Variante. Die Handelsscheibe besteht aus Gusseisen und ist aus einem Guss gefertigt worden. Die Farbe ist ein matt glänzendes Schwarz. Eingeprägt sieht man das Logo, Hashtag Do Your Fitness und die Gewichte, also 1,25kg. Die Handelsscheiben kommen immer als Set an. Das ist aber 2. Die Stange ist allerdings nicht im Lieferumfang inbegriffen. Das heißt, die müssten Sie sich selbst noch dazu kaufen. Das ist die andere. Die Verarbeitung ist sehr sauber. Dadurch, dass es in einem Guss gegossen wurde, haben wir keine Nähte, keine Blasen, nichts dergleichen. Die Oberfläche ist rau, also macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Hier haben wir das zweite Gewicht. Das sind 2,5kg. Ansonsten unterscheidet sich von den kleinen Gewichten nicht. Die Maße schauen wir uns gleich noch an. Hier ist das zweite. Auch hier eine saubere Verarbeitung. Und sehr bewusst macht es den Eindruck. Und hier haben wir die schwersten, 2,5kg. So sieht sie aus. Und hier haben wir die zweite. Also es gibt sie in 1,25kg, 2,5kg, 5kg und 10kg. Die Bohrung ist eine 30-31kg-Bohrung, wodurch die sie perfekt auf Langhandelstangen und Kurzhandelstangen aufgesteckt werden kann. Das Material ist von der Firma Intertec geprüft worden. Schadstoffe. Schadstoffe ist schadstofffrei. Das ist natürlich auch nur ein Gusseisen, wenn sie nicht mehr ründern. Ja, dann schauen wir uns mal die Maße an. Und zwar haben wir hier einen Durchmesser von 20,5kg. Und eine Dicke von 2,8cm. Hier haben wir die 2,5kg Handelschweinung. Und wir haben einen Durchmesser von 16,2 oder 1,3. Und dann 2,1 oder 2,2. Und bei dem ganz Kleinen haben wir einen Durchmesser von 12,7 oder 12,8cm. Und eine Dicke von 1,8 oder 1,9cm. In der 10kg Variante wäre der Durchmesser von 27,3cm. Und zwar 3,2cm. Ja, mit den Handelscheiben können Sie jedes Langhandel- oder Kurzhanteltraining absolvieren. Wie gesagt, die Stange müssen Sie sich noch extra dazukaufen. Kostet bei der Firma Dunio Fitness ungefähr 20 Euro. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit unserem kleinen Produkttest zum Beispiel die Handelscheiben der Firma Dunio Fitness behültig sein und freuen uns auch das nächste Mal mit Ihnen bei der Firma Dunio Fitness. Bis zum nächsten Mal.